In diesem Video zeige ich Ihnen das Speichern von Vorlagen zu Verkaufsberichten. Mit dieser Technik können Sie ausgefüllte Verkaufsberichte, eingestellte Optionen speichern, die Sie dann immer nur wieder aufrufen brauchen, um diese Verkaufsberichte auszuführen. Sie sparen dadurch jedes Mal viel Zeit zum Einstellen der entsprechenden Optionen. In diesem Tipps-und-Tricks-Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Berichte mit Vorlagen steuern können, indem Sie langwierige Einstellungsarbeiten für Berichte in einer Vorlage ablegen und dann nur immer wieder aufrufen, um sie dann zu benutzen. Ich befinde mich einmal im Rollencenter, in diesem Fall im Verkaufsrollencenter, und möchte Ihnen das an einem Beispiel einmal zeigen. Ich wähle dort das Menüband Bericht und nehme dort einmal die Auftragsliste nach Artikeln, weil diese Liste unterstützt Vorlagen. Sie sehen, ich bekomme quasi die Optionen angezeigt und kann jetzt jede Menge Dinge einstellen, wie zum Beispiel, ich könnte einmal die Sortierung umstellen nach Debiturnummer, ich könnte für jeden Debitur eine eigene Seite anfordern, ich möchte bei der Debiturbezeichnung nur den Suchbegriff sehen und ich möchte nicht das Belegdatum, sondern ich möchte das Lieferdatum sehen. Sie sehen, so könnte es jetzt weitergehen und ich könnte alle Felder entsprechend einstellen, wie ich mir das in meiner Liste vorstelle. Diese Einstellung möchte ich jetzt abspeichern. Dafür gehe ich hier unten rechts in die Vorlagen. Hier gebe ich die Bezeichnung ein. Dort schreibe ich jetzt mal einfach hinein nach Debitur. Und Sie sehen, wenn ich das Feld verlasse, wird es sofort in Großschrift umgestellt, was deutlich zeigt, dass es eben eine Bezeichnung ist, eine eindeutige Bezeichnung. Und dieses hier nenne ich jetzt mal einfach sortiert nach Debitur mit Lieferdatum. Also quasi in Prosa beschrieben, was darin eingestellt ist. Diese Vorlage möchte ich speichern. Den Haken muss ich setzen. Und jetzt lasse ich mir in der Vorschau das Ergebnis einmal anzeigen. So, dann gibt es gleich die Meldung. Die Einstellungen wurden unter Nach Debitur gespeichert. Okay. Und dann wird auch die Liste erzeugt. Und Sie sehen, das ist die Liste, die in diesem Falle dabei erzeugt wird. Gut, ich schließe die Liste wieder, gehe noch einmal in die Auftragsliste nach Artikel. Und Sie sehen, sie ist wieder standardmäßig. Das heißt also so, wie sie standardmäßig vorgestellt wird. Oder wie sie das letzte Mal verlassen worden war. So, jetzt kann ich, um mir die Einstellungsarbeit zu sparen, über die Vorlagen, mir die gespeicherten Vorlagen aufrufen. Sie sehen, da waren vorher schon zwei angelegt. Und das ist meine, nach Debitur. Die markiere ich, übernehme sie mit Okay. Und wenn ich das Feld jetzt verlasse, sehen Sie, würden alle anderen jetzt umgestellt, wenn sie vorher anders eingestellt waren. Jetzt ist es so eingestellt, wie ich es hinterlassen hatte. Ja, ich kann das einmal probieren mit einer anderen Vorlage. Ich nehme einfach mal Auftragsliste sortiert nach Artikel. So, wenn ich das Feld verlasse, sehen Sie, dort steht jetzt Artikel, kein Seitenwechsel und, und, und so weiter. Hier steht wieder Belegdatum. Und Sie sehen, dann werden die Einstellungen so vorgenommen, wie es in der Vorlage eingestellt ist. Das können Sie bei allen Listen machen, die dies unterstützen. Und Sie können beliebig viele Vorlagen anlegen, so viel wie Sie möchten. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich habe Sie mit diesem Video bei Ihrer Arbeit mit GWS ERP unterstützt. Sollten Sie Fragen oder weitere Anregungen haben, schreiben Sie uns bitte eine Mail an gws-tv at gws.ms. Möchten Sie keine Folge verpassen, denken Sie an den Abonnieren-Button. Und dann sehe ich Sie beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017